Was ist die EU-Büro für die EU-Büro für die EU-Büro? Recherche nach europäischen Themen, das sind dann zum Beispiel die Verbraucherfragen oder Politikfragen oder Fragen nach Informationsmaterial. Wir in Aachen machen über das ganze Jahr verschiedene Veranstaltungen, verschiedene Zielgruppen. Zum Beispiel für Schulen bieten wir Planspiele an und Workshops. Dann machen wir viele Studienfahrten, die immer sehr beliebt sind, zum Beispiel zum EU-Parlament nach Brüssel oder zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg. Und wir machen auch viele Veranstaltungen, wie zum Beispiel zum NRW-Europatag, Diskussionen über Europapolitik und so weiter. Wir sind hier ja schon im Zentrum von Aachen und werden aber 2014 umziehen. Wenige Schritte von hier, hinterm Dom in Aachen, gibt es das sogenannte Grashaus. Und dort wird eine Station Europa eingerichtet von der Stadt Aachen. Ein ganzes Haus, das sich nur mit dem Thema Europa beschäftigt. Das Grashaus steht in Aachen für Demokratie, denn es ist das erste bürgerliche Rathaus aus dem 13. Jahrhundert. Wenn wir jetzt im Jahr 2014 dort die Station Europa und das Europe-Direktbüro einrichten, haben wir eine Kontinuität, denn dort wollen wir uns dann mit der Demokratie beschäftigen. Heutzutage nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wie arbeiten wir in Europa zusammen? Wie arbeiten wir in Europa?